Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ori and Devil of the Wisps. Vom großen Wasserrad aus fliegen wir nun mit Kuros Feder in das neue Wassergebiet, die Luma Seen. Als das Licht der Weide zerbrach, fiel die Kraft des Waldes hier nieder. Ihre Präsenz schützte diese Segen vor dem Verfall, doch wir müssen sie bald finden, Ori, oder ihr Licht wird verloren gehen. Das wollen wir natürlich um jeden Preis verhindern, nicht nur im Sinne von Kuh, sondern vor allem im Sinne von ganz lieben. Ich glaube, das ist eine Falle, oder? Ja, in der Tat. Ich rechne ja hier im Wassergebiet sowieso mit einer Wasser-Dash-Fähigkeit oder sowas ähnliches. Oh, weil das, äh, ah, hab schon eine Idee. Das hab ich mir nämlich schon länger gedacht, dass es sowas oder sowas ähnliches mal geben wird. Und mit der Blase kommen wir nun hoffentlich hier hoch. Wir müssen nur den richtigen Winkel finden, wie wir zu der Blase stehen. Oder wir hoffen einfach mal auf eine etwas größere, da die natürlich eine automatisch größere Fläche bietet, um sich sicher nach oben zu manövrieren. Und mit deiner Hilfe kommen wir hier an dieses Gorlek-Erz ran. Dankeschön. So, Vorsicht, das Ding explodiert. Also ein bisschen in Deckung gehen und dann ganz gechillt wieder hier runter. Hallo. Ah, da ist er also. Er wollte sich ja auch auf die Suche nach den Ehrlichtern begeben. Gut, hätte man sich eigentlich auch denken können, dass er ins Wassergebiet geht. Aber ich finde ihn nicht. Das Gebiet ist größer, als ich in Erinnerung hatte. Quorlock ist weise. Ich brauche seinen Rat. Wenn du ihn findest, könntest du ihm Bescheid sagen? Okay. Quorlocks Weisheit. Aber muss ich mir jetzt Sorgen um ihn machen? Weil das halt nicht auffindbar ist, das ist ein bisschen beunruhigend, wenn ich ehrlich bin. Wow, was hat denn dieser Skorpion da für eine Range, Alter? Ich glaube, da nehme ich mir mal lieber wieder meine Spezialattacke. Nee, Moment mal. Eigentlich wollte ich... Eigentlich wollte ich was anderes. Aber gut, dann probieren wir halt jetzt erstmalig unseren Boomerang aus. Der bei dem Gegner aber irgendwie nicht funktioniert. Beziehungsweise der Gegner ist so dämlich. Dann machen wir das halt... Auf diese Art und Weise. Wobei selbst das Damage-mäßig nicht ausgereicht hat. Ich wollte natürlich vorhin... Das hier! Den Geist, das... Oh! LOL! Das kann man ja kaputt machen. Ich weiß nicht, ob ich das von allein gesehen hätte. Können wir uns fast beim Gegner bedanken. Sonst hätten wir hier vielleicht kurz gehangen. Aber... Dank seiner Hilfe... Wollen wir jetzt auf ganz entspannt hier hoch. Wir siegen die Fliege. Nutzen unsere neue, tolle Feuerfähigkeit. Nicht nur zum Angriff, sondern eben auch zum Sprung nach oben. Stellen aber fest, dass wir da... Ohne... Blase nicht weit kommen. Was aber kein Problem ist, dann auch auf der rechten Seite steigen welche empor. Und damit legen wir den Schalter um. Und öffnen den Zugang zum... Weiteren Verlauf der Luma-Seen. Die so ein bisschen weitläufiger zu sein scheinen. Ja? Oh ja, 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 doch auf jeden Fall. Dang. Das könnte ein Riesengebiet werden. Und wenn man da öfter so hoch hinaus muss wie hier, dann... Weiß ich nicht. Könnte uns das wirklich lange beschäftigen. Aber wir haben ja Zeit, oder? Und das sieht auch echt wunderschön aus hier. Dank des 50-prozentigen Damage-Boosts, den wir inzwischen haben. Können wir auch mit den meisten Gegnern relativ easy fertig werden. Was will der Kalmar von mir? Ah, hier oben. Da kann ich die Barriere zerstören. Was mich allerdings nur wieder hierhin zurückbringt. Achso, was ist denn hiermit? Ah, da kommen Luftblasen raus, oder? Aber der Seestern, der versperrt da den Weg nach oben. Ja, der hat es verstopft. Okay, und da? Gut, das ist eine Barriere, die man nur von der anderen Seite aus zerstören kann. Ah, ich brauche den, glaube ich, um hier hochzukommen, oder? Ne, die Blasen brauche ich da. Die Blasen. Wobei, kann ich die... Doch, wenn ich springe, dann kann ich sie in einem entsprechenden Winkel hier hochmanövrieren. Ich bin aber zu langsam, ich kann denen gar nicht folgen. Oder brauche ich die auf der anderen Seite? Ich komme da von dem Winkel aus nicht hin. Äh, ich glaube schon, dass da oben was ist. Allerdings... ...sollten wir die Blase ein bisschen weiter weg von uns... ...platzieren, sonst kommen wir da nämlich nicht ganz rauf. So, bringt mir ein Gorlek-Erz. Und nun? Mit deiner Hilfe hier rüber, oder was? Hä? Warum klebe ich denn jetzt hier fest? Naja, was soll's. Hallo? Die Fische beißen, aber nicht nur den Köder. Aber Haut und Federn riskiert, um einen zu fangen. Schade, dass wir nicht wie diese Unterwasserpflanzen sind. Die ziehen sich bei der kleinsten Berührung ein. Wenn meine Schwanzfedern was können, wäre das Angeln deutlich weniger schmerzhaft. Pah! Tja, Tok. Damit müssen wir wohl leben. Ich denke aber auch, wir haben andere Probleme als das. Oh, da ist ein Speicher. Allerdings geflutet. Das bedeutet, wir müssen irgendwie das Wasser abfließen lassen. Bevor ich nach unten schwimme, schaue ich mich erstmal hier um. Karte? Kannst du mir mal sagen, ob da ein Secret ist? Sieht nämlich schon danach aus. Ne? Na gut, hier oben halt. Das war aber auch klar. Psst, nicht bewegen. Du machst den Fischen Angst. Sie sind sehr flink. Wenn ich nur ein Netz hätte, aber meins ist kaputt, hätte ich einen Faden. Du hast nicht zufällig etwas Faden dabei, oder? Oder noch bis ein Netz? Nein? Hm. Okay. Der Moki gehört offensichtlich zur Tauschquest. Wir haben aber zuletzt eine Lampe bekommen. Daher ist das für uns erstmal kein Thema. Und ich glaube, hier geht es noch weiter rauf. Ja, so ist es. Also ich brauche da aber Blasen für, sonst sehe ich da keine Chance. Obwohl, vielleicht reicht es ja mit der Feuerfähigkeit. Einfach mal ausprobieren. Ich meine... Okay, das war ein seltsamer Bug. What the hell? Also ich könnte... Hier dran kleben, dann da dran kleben. Und... Hier hin. Dorthin. Wo eine Lebenszelle auf mich wartet. Aber ich brauche jetzt noch irgendwas. Um die Mauer zu zerstören. Ich schätze, der Felsen ist im Weg. Ah, und den lassen wir bestimmt später irgendwann von der anderen Seite ab. Und dann fluten wir das gesamte Gebiet. Liege ich damit richtig? Ja, so wird das bestimmt laufen. Okay, dann ist diese Lebenszelle auch für später. Aber wir können uns mit dem Geisterlicht trösten. Das ist doch fürs Erste, okay. Aber was ist das? Hm. Nichts, was ich zerstören kann. Zumindest jetzt noch nicht. Naja, gut. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwie das Wasser hier ablassen können. Ich würde nämlich unheimlich gerne speichern. Ah. Ah, ja, 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 okay. Moment, erstmal hier gucken. Da ist auch ein Secret. Relativ einfaches. Ein Gordekerz. Und der Lampenheini auf der anderen Seite. Allerdings erneut eine Barriere, die nur von der gegenüberliegenden Seite zerstört werden kann. Also, noch kommen wir nicht zu ihm. Lasst uns stattdessen Musik spielen. Tok hat es gerade angesprochen. Die Dinger ziehen sich zusammen. Wenn sie einen Ton hören. Wir kennen die aber auch tatsächlich schon von dem Zugang zur Luma sehen. Ah ja. Okay. Einmal im Kreis rum. Am Ende der letzten Folge. Daher nichts Neues für uns. So, und das hat tatsächlich funktioniert. Das Wasser ist so weit abgeflossen, dass wir hier nun den Speicher benutzen können. Die Blasen bringen mir allerdings noch nichts. Weil ich, äh, denke ich mal wieder einen Kalmar brauche, um da oben die Barriere wegzusprengen. Oder kriege ich hier vielleicht irgendwo ein? Tatsache. Aber wartet mal. Wartet mal. Da ist noch eine Barriere. Lasst uns die als erstes abchecken. Ja, da ist ein Geistersplitter. Und eine Abkürzung. Okay, dann schieß los. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, erstmal hier oben. Bam. Zugang zum Geistersplitter. Ultra-Stoßangriff. Stoßangriffe verursachen Schaden. Oh, das ist mal mega geil. Muss ich unbedingt reinnehmen. Für Belastbarkeit. Die Stoßangriffe sind ja sowieso schon so mega krass. Dass wir damit jetzt auch Damage machen können. Beste. Man konnte zwar schon davor Gegner damit killen, aber nur indem man sie beispielsweise ins Wasser gestoßen hat oder so. Jetzt macht das Stoßen generell schon Schaden. Nice. So, da, da. Und du kommst jetzt bitte mit, ohne irgendwo anzustoßen, Kumpel. Auch nicht an den Blasen, sicherheitshalber. Und machst mir da oben den Zugang auf. Danke dir. So, brauche ich die Blasen jetzt eigentlich? Kommt da im Prinzip auch schon mit dem Triple Jump hoch. Null. Was ist denn das? Ein Battlefield. Okay, Zeit, neue Dinge auszuprobieren. Die Wache. Geisterkugel, die für mich kämpft. Okay, sie ist bereits losgeschickt. Bekämpft den Skorpion. Macht aber nicht ganz so viel Schaden. Aber hey, es ist schöner Passiver Damage, den man sich auf jeden Fall gönnen kann. Und den Rest, den regeln wir mit unserem Zweihänder. Aber irgendwie habe ich jetzt das Problem, dass der Skorpion nicht stirbt. Wieso auch immer. Was ist denn da los? Naja. Dann stoßen wir ihn eben in den Tod. So, da kommt schon der Nächste. Gefolgt von... Naja, was ist das eigentlich? Diese ekligen Schusspflanzen. Geisterbogen. Du bist gefragt. Wobei ich es auch mit dem Feuer hätte machen können. Das stimmt. Aber hey, lasst uns mal ein bisschen Energie sparen. Verbraucht es nämlich deutlich besser. Mit dem Bogen. So. Und das Ende war äußerst furios. Gut gemacht, Uri. Komm ich da noch irgendwie hoch? Ist da was? Ja, da ist eine Lebenszelle, Freunde. Da ist eine Lebenszelle. Aber die sollten wir uns lieber merken. Weil, ja. Ich denke, die kriegen wir erst, sobald hier alles geflutet ist. Okidoki. Zwei Lebenszellen schon auf der Map. Krass. Und da oben... Ist ein... Rennen. Und ein Geistersplitter. Komme ich nicht sogar an den Geistersplitter bereits ran? Wenn ich... Das Feuer nutze? Null. Oh. So, jetzt. Ja, müsste gehen auf jeden Fall. Easy. Energieernte. Damit lassen Feinde mehr Energiekugeln fallen. Ah, sehr gut. Das Pendant zu dem anderen, was wir schon mal bekommen haben. Von wegen, dass Gegner mehr Lebensenergien fallen lassen. So. Schauen wir uns das Areal mal an. Luft brauchen wir ja zum Glück keine mehr. Also aktiv holen, meine ich, brauchen wir nicht mehr. Da ist ein Kalmar. Ja, perfekt. Dann komm mal mit. Und... Mach das frei. Boom. Hier drüben kann ich ihn, glaube ich, auch brauchen. Ja, so ist es. Für ein Geisterlichtlein. Das ist echt ein schönes Gebiet, muss ich sagen. Also, das Eisgebiet hat mir auch gefallen. Aber... Ich weiß nicht genau, warum. Irgendwie... Gefällt mir das Wassergebiet noch ein bisschen mehr. Kann an der Optik und der Musik liegen, weil hier ist halt echt alles wunderschön. Hallo, Karten-Fritzi. Hallo, unerschütterlicher Entdecker. Hast du je so viele Farben an einem Ort gesehen? Unglaublich, ne? Ich verrate dir ein Geschäftsgeheimnis. Hier hole ich mir all meine Tinte. Die Korallen geben fantastische Rottöne her, weißt du? Ja, solange es Korallen noch gibt, ne? Wir kaufen uns die Karte. Und ja, ich weiß, wir hätten uns schon längst den Rabatt holen können, indem wir den stillen Wald offengelegt hätten. Aber ich finde, die Karten sind gar nicht so teuer. Das ist schon okay. So, und das kommt noch alles auf uns zu. Dann ist es ja gar nicht mal so viel wie gedacht, oder? Geht's da noch runter? Ist da was? Achso, schon ausgerüstet. Ne. Ich glaube, ich habe ihm, ich habe ihm den Rücken eingerenkt. Sagen wir es mal so. Karte? Karte sagt, da unten ist noch ein kleines Geisterlicht. Stimmt nämlich auch. Wir waren nämlich hier noch. Oh, ich habe das nicht gesehen. Ich glaube, ich komme aber auch nicht an das Geisterlicht dran. Noch nicht. Oder? Moment. Ich komme noch gar nicht mehr zurück. Ah, Panik. Ich muss. Doch, ich komme da. Ich komme da ran. Es wird schwer, aber ich komme da ran. Ja, ich habe es. Das ist so gemein. Die Stelle ist so gemein. Und ich bin sicher, wir kriegen noch ein Wasser-Dash. Das ist so gemein. Ja, jetzt muss ich es natürlich nochmal holen. Hallo, mein Kleines. Hallo, mein Kleines. Es ist schön, dich hier zu sehen. Es ist schon lang her, seit ich meine Höhle zuletzt verlassen habe. Doch du hast mir Hoffnung gegeben. Die Kraft des Waldes ist nahe und noch etwas anderes. Ein vertrauter Gestank. Ich habe nicht gepupst. Die Zeit ist von entscheidender Bedeutung. Wir werden widersprechen, wenn wir das Irrlicht gefunden haben. Quark. Okay, dann bis später. Genau, kriecht er durch. Wie sind da überhaupt hier reingekommen? Ich meine, er ist jetzt nicht der schlankeste. Sagen wir es mal so. Okay, wir haben hier oben einen Secret, aber da komme ich natürlich auf diese Weise nicht ran. Es sei denn, wir können irgendwie... Oh, Blasen beschaffen. Aber jetzt finden wir erstmal den mysteriösen Samen dieses Gebiets. Wunderbar. Wunderbärchen. Wundertoll. Oh, Moment, ich habe eine Idee. Wenn du schießt, könnte das... Ja, oder? Was ist denn da oben? Was sagt denn die Karte? Ach, das scheint ein Rückweg zu sein. Nee, dann brauche ich mir da gar keine Gedanken machen. Das sieht sehr unrealistisch aus. Oh, warte mal. Warte mal. Ja, schieß doch. Weiß nicht, du sollst schießen. Hallo. Schieß mal. Da unten sind nämlich Luftblasen. Vielleicht geht's doch. Habe ich das jetzt aufgekriegt? Ja, doch, habe ich. Wir haben uns aber... Ach doch, von hier sind wir gekommen. Wir haben uns aber hier drüben noch nicht umgeschaut. Das scheint der richtige Weg zu sein, oder? Dann lass uns doch noch mal nach oben springen. Ich weiß aber nicht, ob das eine blöde Idee ist. Boing. Die Blasen kommen ja nach und nach hoch, ne? Ja, doch, einer ist gerade im Anmarschnell... Äh, viel zu langsam. Viel zu langsam. Hängen wir einfach mal ab. Da kommt schon die nächste. Oh Gott. Bin das nicht so schnell gewohnt. Bei der Deutschen Bahn. Aber jetzt. Hui. Also ich bin oben. Und finde hier einen Freak. Was machst du da? Erstmal sterben. Genau wie... Ah, okay. Den sollte man nie frontal angreifen. Egal mit welcher Waffe. Der Explosionsradius ist einfach nur krass. Aber warum kann ich jetzt hier rauf? Oder habe ich mich getäuscht? Und das hier ist der richtige Weg? Das wäre doof. Lass noch mal kurz die Karte angucken. Ah, da unten ist sogar noch ein Speicher. Was? Und hier gibt es... Schlüsselsteine. Ja, also es kann schon sein... Moment, ich habe ein Sieg gefunden, glaube ich. Oder? Nee. Warte, 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 warte. Holen wir uns erstmal den einen Schlüsselstein da unten. Ich weiß gerade nicht, womit ich weitermachen soll. Oh, Moment. Den kriege ich nur mit deiner Hilfe, oder? Vielleicht ist das aber auch der Weg zu der Wasserfähigkeit. Das wäre... Cool. Ich gehe jetzt nicht mehr zurück. Ich bleibe einfach hier, okay? Ich pokere jetzt, dass das richtig ist. So, und ich frage mich, ob wir hier drüben... an ein Secret rankommen, oder ob das der ganz normale Weg ist. Ah, nein. Das ist der Zugang zu dem zweiten Schlüsselstein. Ah. Okay. Ja, dann lassen wir mal blasen. Dann anschließend springen, springen, daschen und... springen. Wunderbar. Ein Schlüsselstein fehlt noch. Das ist der hier. Der ist der einfachste, wie mir scheint. Nee, Quatsch. Es sind vier. Es sind vier. Und hier ist die Tür. Da oben ist... Das Rennen. Okay. Jetzt weiß ich halt nicht, wie weit das weg ist. Ähm. Aber ich werde sowieso erstmal alle Schlüsselsteine sammeln. Ah, hier ist der letzte. Wie kriege ich denn den? Ohne mich zu verletzen. Ich weiß auch gar nicht, was da unten ist. Muss wahrscheinlich eine Blase irgendwie nach oben manövrieren. Oder? Aber hier ist nichts. Hä? Da ist halt wirklich nichts. Aber da muss irgendwo eine Blase sein. Sonst komme ich da ja auch nicht hoch. Naja, ist mir jetzt egal. Ich springe einfach rein und hole mir den so. Ist vielleicht nicht unbedingt so gedacht. Aber ihr werdet es mir hoffentlich verzeihen. Ah, oder man muss diese... Ja, man muss diese Blase noch weiter hoch. Manövrieren. Okay. Hm. Das ist dann aber nicht nur... ...für den Schlüsselstein, sondern noch für irgendwas anderes. Also da wird wohl noch ein Secret sein. Ah, ich bin zu früh draufgesprungen. Ich Idiot. Äh. Komm, ich Damagebooster nochmal. Das Match ist egal. Selbst dafür zu dumm. Okay. Es soll so nicht gemacht werden. Tut mir leid, ich bin eine faule Sau. Ich wollte die blöde Blase jetzt nicht nochmal holen. Aber hey, wir waren schon so skillig in dem LP. Jetzt dürfen wir uns das auch mal leisten. Auch wenn das... Wie viel es uncool ist. Hier ist außerdem gar nichts krasses. Ist überhaupt nicht gelohnt. Obwohl, Golic Erz. Das schmeckt. Brauche ich eine der Blasen für. Ups. Äh, die war vielleicht nicht perfekt. Die auch nicht. Die soll es sein. Nein, auch nicht. Du, bist du meine Auserwählte? Aber ich komme ja auch gar nicht so schnell dahinter. Wie komme ich denn da so schnell hoch? Vielleicht muss ich das aber auch gar nicht. Vielleicht reicht es einfach. Ja, das richtig zu kombinieren. Okay. Es ist manchmal einfacher als gedacht. So. Also dieses Gebiet hier oben links ist gar nicht mal mehr so groß. Versuchen wir es zu Ende zu erkunden. Das müsste sogar klappen. Und hier? Was ist da? Da ist noch ein großes Geisterlicht. Irgendwie muss ich diese Barriere zerstören können. Ja, da gibt es wieder irgendwo einen Kalmar. Dann schauen wir mal, ob wir den finden. Und wie weit hoch es hier geht. Ich will das jetzt wissen. Sehr weit hoch, offenbar. Ah. Okay. So komme ich hier rein. Und hier hoch. Das ist ein Schalter. Also, ich meine ein Hebel. Okay, was macht der? Ah, eine Energiezelle. Nice. Ich finde das Gebiet wirklich großartig. Gerade, weil es so weitläufig ist. Das ist echt nicht leicht. Oh. Muss da durch, ne? Als ob ich jetzt bei all den Blasen keine gefunden habe, die mich da nach oben trägt. Das darf nicht wahr sein. Oh, da ist übrigens noch so eine Musikpflanze. Die macht, glaube ich, da unten den Weg frei. Aber wir wollen uns jetzt erstmal unsere wohlverdiente Energiezelle holen. So ist das, Freunde. So ist das. Jetzt ab nach unten. Wobei, die bleiben ja nicht ewig geöffnet. Ich muss es, ja. Nochmal aktivieren. Kein Problem. Ist hier mitgetan. Und... Ja. Gerade noch reingehuscht. Bringt mir nur nicht viel. Ich brauche hier wohl... ...noch eine Blase. Ach komm. Oder? Ne, warte mal. Nicht unbedingt. Ich komme auch mit dir da hoch. Oder? Warte, 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 warte. Anderer Plan, anderer Plan. Feuer. Feuer. Oh, ja. Dschuuu. Äh, lol. Was? Ach, oh. Man kann da nur drauf dashen, wenn das voll aufgeladen ist. War jetzt ein bisschen unkonventionell, aber hat funktioniert. Die Frage ist, was bringt's? Ach so, das öffnet unten den Zugang für den Kalmar. Ja, dann los. Let's go. Let's go, der Hase. Muss ich? Really? Kommst du jetzt? Bitte sag mir, dass du von den Blasen nicht kaputt gemacht wirst. Okay, gut. Und bam. Na also. Dann sollten wir hier eigentlich alles haben. So, dass wir nun die Tür öffnen können. Ich hoffe, dass sich dahinter die Fähigkeit befindet. Hätte ich dann vielleicht als erstes holen sollen, oder? Ja, natürlich ist sie hier. Und? Was ist es? Ein Wasser-Dash? Wobei das dann auch so ein bisschen... Na, wobei... Schau mal. Wassersprint! Also, ja. Drücke RB unter Wasser, um vorwärts... Vorwärtszustellen. Sprinte dicht unter der Oberfläche, um in die Luft zu springen. Oh, wie so ein... Wie, welche Fische machen das? Na, diverse Fische machen das, ne? Hui. Kann ich so jetzt auch die Blasen... Ja! Krass. Braucht die Kalmare gar nicht mehr. Also zumindest für die Blasen nicht. Gegen die Strömung können wir natürlich jetzt auch schwimmen. Ach, krass. Geil, Alter. Was gibt's hier? Oh, das könnte so ein... Schnopf sein. In der Tat. Ich glaube aber, wir haben in diesem Raum noch nicht alles gesehen. Ja, allein hier nicht. Schön gegen die Strömung. Und sich das geisterlich gönnen. Wundervoll. Oh, yes. Jetzt ist sogar die Wassersteuerung so unglaublich smooth. Und da ist noch was. Da ist noch etwas. Hui. Nein! Ach komm, Uri. Willst du mir wirklich erzählen, dass du da nicht hochkommst? Das glaube ich dir nicht. Vielleicht ist es so besser. Ja. Okay. Boah. War das aufwendig. Aber hat sich gelohnt. Dann können wir ja jetzt verduften. Rennen müssen wir auch noch machen, ne? Oh. Kann ich diese Barrieren jetzt auch zerstören? Nee. Dafür brauche ich die Kalmare noch. Obwohl. Moment. Ja, doch. Okay. Das geht nicht. Scheint noch so ein Kombinationsrätsel zu sein. Hä? Wo komm ich da doch durch? Ich komm hier sonst nicht weiter. Ah. Moment. So. Wir wollen sie es. Okay. Oh. Noch eine Energiezettel. Die war ja einfach. Im Vergleich zu dem anderen Stuff war die auf jeden Fall einfach. Nein! Halt! Das muss unbedingt noch aktiviert werden. Aber ich glaube, wir waren jetzt insgesamt zu langsam. Egal. Brauchen eh erstmal den Kalmar. Boom. Und dich kann ich jetzt einfach anstupsen oder was? Nee. Ich glaube, der bewegt sich, sobald wir alles aktiviert haben. Na dann. Los. Eins, zwei, drei, vier. War das schnell genug? Ja. Wasser fließt ab. Stein erhebt sich. Oh mein Gott. Und wie mache ich das jetzt mit der Lebenszelle? Wir bräuchten doch den Dude für, ne? Kommt der mit? Hä? Okay. Das ist ein bisschen tricky. Oh, der wird da sogar automatisch weggeschossen. Vielleicht muss ich gar nichts machen und der schießt das automatisch frei. So geht's. Ist ein bisschen tricky. Okay. Aber auch das haben wir geschafft. Und damit sind wir jetzt eigentlich einmal durch. bis auf den Bereich hier unten. Den müssen wir auf jeden Fall noch machen. Und warum nehme ich hier Schaden, obwohl ich mir gerade die scheiß Karte anschaue, in meiner Güte? Na ja, wir sind in der Nähe des einen Speicherpunkts. Ich denke, da werde ich kurz saven. Und dann werden wir in der nächsten Folge das Rennen machen. Plus den ganzen Rest hier in den Luma-Seen erkunden. Mir hat es schon mal bis hierhin viel Spaß gemacht. Wenn es euch genauso geht, dann lasst gerne einen Daumen da. Und bis bald. M fazem es wirklich Spaß gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020